So, dann starte ich mal mein Wurmwood Dice Tower Set Unboxing. Man sieht erstmal das schöne Leder Set, Lederpflege. Dazu den Lederriemen. Und wirksalt hier Würfel. Dann ein Dice Mode in Pürbelhaut. Etwas dunkler. Ich hatte den letzten, das Logo etwas anders. Mit einem Lederinlay. Dann wieder Aufkleber zu den nächsten. Flyer, hey, Wurmleif. Sogar mit Paketband. Und das ist der. Dice Tower? Ne. Pürbelhaut Mord. Profi, der das vorher nicht war. Das sieht in Natura. Das Logo, riecht auch schön lila, sehr schön. Daneben Black Warnet. Schnickidicki. Das ist ein anderes Logo. Und jetzt der Dicetower, uff, schwer. Komodity Gaming Supplies, Dicetower aus der Türbehörde, Franzessia, uuuuuh. Da bin ich ja gespannt. Nice, nice, nice. Oh, die Seiten. Oh. Ja, Magneto. Schmiedidicki. Okay. Nice, nice, nice. Hm. Ja. Lederlich. Die Seiten. Und noch ein bisschen Polster. Okay. Gucken wir mal, wie normensicher das ist. Pada. 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 Okay. Das ist die untere Seite. Pada. Pada. zack, halt das ist hier unten dann ist das die Rückseite das ist unten und die Kante für außen zack, hält Rückseite Blattekante unten so sieht er aus, der Dice Tower schniggidiggi passt nehmen wir die guten Melkite die 12 nur eine 2 auch nur eine 3 eine 100 eine 60 der 8 eine 6 der hatte schon Kante eine 1 und der schöne vielleicht 20 17 das ist doch schön jetzt nehmen wir mal stattkunden stammogrufe und 13 5 und dann nochmal für 20 Zack, hält den Quintest. Gut. Dann, was machen wir jetzt mit dem Dingens? Tja, links ein bisschen zusammen. Oh, die Magneten sind sehr stark. Zack, zack. Ne, nicht optimal. Ne, nicht optimal. Ja, erst dann das Wort. Dann den Rest. Dann den Deckel. Und dann das Gute. Den Lederstrap. Ne. Wer bin ich denn zu dürfen? Sollte theoretisch zugehen. Na gut. Das war's. Das war's.